Wo bist du, lahme Ente? Ich bin hier. Warte auf deinen Arsch. Lahme Ente. Ah, wenigstens bin ich nicht auf dem falschen Gebäude. Oh. Verdammte Scheiße! Danke für die Hilfe. Ich hab vor ner Weile ein paar Street-Art-Typen getroffen. Die haben mir gezeigt, die Stadt auf ne neue Art zu sehen, mich anders in ihr zu bewegen. Hat aber nicht lange gehalten. Denen ging's mehr darum, T-Shirts zu verkaufen, als Statements zu liefern. Meinst du, du kommst damit klar? Ja, klar. Äh... Kleinigkeit. Aber, äh... Gute Arbeit. Ja, ich weiß. Ich schick dir ein paar Hotspots für den Anfang. Mach mich stolz. Mach mich stolz. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius. Ich hab jetzt gedacht, hier passiert irgendwas Cooles. Aber wir sprühen Graffiti. Okay, was ja was Cooles ist. Aber ich dachte, es würde irgendwie anders ablaufen. Also ich weiß jetzt auch nicht so genau. Graffiti hinzufügen. Okay, man. Los geht's. Mit nem Wischmob. Ich bin sehr fix da drin, muss ich sagen. Ich hab's anscheinend dran tapeziert. Mission abgeschlossen. Wow, nice. Okay, was jetzt? Muss ich noch mehr von den Dingern machen, oder was? Tag in den ersten Satz. Hoher Punkte. So. Oh. Okay. Oh, ich hab Follower gewonnen, weil ich das Schild hier gemacht habe. Nice. Okay. Und, ähm... Was jetzt? Weiß das jemand? So, muss ich jetzt an den Punkten, wo die, wo die, ähm, Pinsel markiert sind, muss ich jetzt wahrscheinlich einfach noch so ein paar Dinger... Ach man, ich hab gedacht, das wäre mehr so eine coole Nebenmission. Also ich mag echt diesen Dead-Sex-Style mega. Also was, ähm... Was so diese Graffiti und Street-Art-Kunst angeht und so weiter und so fort. Aber, aber missionstechnisch ist das, glaub ich, jetzt sehr low. Glaub ich jetzt gerade mal. Ähm... Kann man da nicht Schnellreisen hier machen? Ja. Okay. Weil da jetzt so durch die ganze Stadt laufen und so, wie ich so... Sonst sag ich das immer ganz gerne, dass ich nicht so gerne Schnellreisen benutze, weil ich ganz einfach lieber so ein bisschen was von der Welt erlebe. Aber, ähm, jetzt für diese Pinselaktion, ey, alter. Abend sieht's echt extrem nice aus, so von der Beleuchtung, ne? Ist immer ein bisschen schwierig, mit Marcus langsam zu gehen. Aber ist einfach stylischer, oder? Ah, schon wieder Handy, ey. Alter, was los? Oh, da wird so einer markiert mit viel Geld? Nein. Einen Street-Art-Künstler. Home, Konstrukteur von Smart Homes in der Bay Area, wird beschuldigt, die Privatsphäre der Hausbesitzerballen zu haben. Gelegte Dokumente belegen, dass Home sein eigenes Überwachungssystem anzapft und Nutzerinformationen verkauft. Vorrangig an Krankenversicherungen. Laut Unternehmenssprecherin Elena Chow würde die Privatsphäre der Nutzer mit dem Verkauf der Informationen nicht verletzt. Was der Endbenutzer-Vereinbarung des Unternehmens zu entnehmen sei. Badam-Badam-Badam. Natürlich, wenn ihr keine Rechte verletzt. Oh, mein Tattoo-Studio. Markus, unser Follower-Netzwerk platzt aus allen Nähten. Du solltest stolz sein. Du hast das alles gestartet. Vorher war DedSec nur ein Haufen loser Ideen, aber du hast eine Bewegung daraus gemacht. Die Leute tragen deine Kunst, wiederholen deine Slogans. Du hast hier etwas losgetreten. Danke, Markus. Aber vergiss nicht, dass alles einem Ziel verpflichtet ist. Der Glamour interessiert mich nicht. Ich will, dass die Leute aufwachen, verdammt. Sie schlafen schon sehr lange, aber wir werden es schaffen. So, die nächste Wand wird hier einwandfrei von mir gepinselt. Okay, cool. Ein DedSec-Hirn. Follower. Was bedeutet Tagge den Satz... Ersten Satz-Vorpunkte. Ich habe keine Ahnung, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Nö. Keine Ahnung. Okay. Guck mal einfach direkt auf die Karte, oder? Das Walken wir jetzt hier straight durch. Die Lied, die Lied. Das ist... Okay. Da ist so ein Streit-Dings. Den gehen wir mal... ...zu einem Nudelverkaufsautomat. Natürlich. Schnellreise. Wuhu. Dieses Krabbending habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe diese ganzen Wahrzeichen noch gar nicht gesehen von der Stadt. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr mit meiner Umgebung auseinandersetzen. Ah, ich kann dir Nudelsachen kaufen. Okay, nice. Entschuldigen Sie, Sir. Wie wird mir eigentlich angezeigt, dass einer viel Kohle hat? Wird das dann irgendwo... ...auf der Karte angezeigt, oder was? So. Direkt gegenüber vom Nudelgebäude. Wollen wir hier was abziehen? Okay. Wir sind in Silicon Valley. Hier ist viel Platz. Ach, da oben ist ein Nudelschild sogar. Okay. War ich hier nicht schon mal, oder war das bei einem anderen Chinesen? Ja, okay. Okay, guck mal, guck mal, der rampelt sich einen an und die entschuldigen sich sogar noch. Super. Und Jan? Ging mir die Beste. Bring's nächste Woche? Klar doch. Bis dann. Ja. Mhm. Schu-bi-du-bi-du. Hm. Ich muss irgendwie einen Weg finden, um, ähm... Wow, nice car. Um da irgendwie raufzukommen. Also wenn ich nicht gleich hier so ein Ding finde, zum... Warte, wir gucken... Wir gucken uns das mal eben einmal an. Wow. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, hier irgendwie vielleicht drüberlaufen, oder irgendwie sowas. Das ist irgendwas Gesperrtes, oder? Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen. Sofort! Hm. Ich hätte so erst gedacht, naja, vielleicht hier über das Dach und dann da noch so hoch und so, aber... Das erscheint mir irgendwie alles nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Na, da ist zumindest ein... Hm. Wir können aber über das Nudelgelände fliegen. Wenn wir schon mal hier sind, oder? Der Google-Ableger. Ja, ich weiß, außer Reichweite. Ich komme schon zurück. So, da wollen wir hin. Sicherungsterminal finden. Sonst komme ich da nicht hoch, oder was? So, ein Sicherungsterminal. 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 Die kann ich nicht. Hm. Hm, 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 hm. Mitnehmen. Was ist das da drüben? Tja, okay, wisst ihr was? Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Lösung ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch eher nicht, aber... Ich habe jetzt gerade irgendwie keine Idee, wie wir da hochkommen sollen. Entschuldigung, Sir. Wo ist denn der niedrigste Punkt? Er hat jetzt pauschal gesagt, hier, aber selbst das erscheint mir noch zu hoch. Entschuldigung, Miss. Ich glaube, das reicht nicht. Doch, es hat fast gereicht. Yeah, nice movement. Yes. Ich glaube, das war nicht so gedacht vom Spiel, oder? Das erschien mir jetzt irgendwie zu vage, wie ich das hier gemacht habe. Sicherungsterminal finden. Der ist da drin, oder was? Komm mal her. Sicherungsterminal finden. Ist das da hinten, was da blinkt, der Sicherungsterminal? Nee. Wenn ich jetzt hier Ruhe fliege, bin ich außer Reichweite. Oh nein, wie doof, ey. Ich habe jetzt gedacht, das hätte ich jetzt hier alles cool im Griff. Oh, Menno. Normalerweise ist das doch, dass ich dann nur so mit LB hacken muss. Ja, Sicherungsterminal. Und der Sicherungsterminal ist hier. Ja. Ja. Kann hier nichts machen, oder? Sehe ich das falsch. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich mit dem, ähm, wie ich mit dem Dingen jetzt da diese Türen öffne. Ärgerlich. Habe ich mir ausgerechnet? Den falschen Punkt ausgesucht, oder was? Das ist das Einzige, was ich mir jetzt denken könnte, wäre das, was da so... Ist das der Sicherungsterminal da hinten? Okay, fuck off, ey. Wir müssen, glaube ich, nochmal darüber. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auch nicht darüber. Mach mal einen coolen Move hier. Yeah, lande auf der Treppe und brich dir alle Knochen. Also, wenn wir jetzt nicht darüber müssen, habe ich halt Pech gehabt, dann, ähm, mache ich da natürlich alle, alles andere, was da sonst so zu erledigen ist. Ihr wisst schon, ich habe hier immer coole Hacker-Sachen zu tun und so. Hier bei anderen Menschen das Handy auch lautlos schalten. Oder auf Laut schalten, wahlweise. Joggerinnen, anpöbeln, Typen die Kohle wegnehmen. Mit ihnen, Ma'am. Nein, das würde ich gerne hören. So, da drüben ist Hacken angegeben. Ist da drüben der Sicherungsterminal? Und was ist da oben mit dem Mitnehmen? Assassin's Creed. Watchdogs. Äh, ich meine. Ach, ich komme nicht da hoch, man. Mann. Du hast ein wunderschönes Lächeln. Ja, natürlich hast du ein wunderschönes Lächeln. Oh, Mann, die Koffer. Nimm die Koffer mit, du blöde Scheiß-Drohne. Da kommt doch keiner rein, so. Müssen wir über Kilometer weit hier dann so ein Ding hier hinfahren, oder was? Ich habe auch keinen Bock drauf. Vielleicht gibt es hinterher nicht sogar Drohnen, ähm, mit denen man dann irgendwie sowas machen könnte. Aua. Was ist jetzt, was wird jetzt hier angezeigt mit Hacken? Okay, klar doch. Sicher. Was auch immer. Ich kann Ihnen versichern, dass der Trailer nicht geleakt werden kann. Das können Sie. Sie können das versichern. Marketingleiter bei Ubisoft. Syndicate und Osiris passiert ist? Unsere Sicherheit war nie besser. Wenn das geleakt wird, können Sie mich feuern. Das habe ich dann auch vor. Im Ubisoft gehackt. Quizfrage, Leute. Was liebt jede Gaming-Website am meisten? Als Journalismus zu gelten. Leaks. Dafür zahlen Sie jeden Preis. Vor allem für ein Leak von einem der großen Studios wie, äh, keine Ahnung, Ubisoft? Markus, spiel nicht mit meinen Herzen. Was hast du für mich? Nur eine Spur. Ein neuer Spieltrailer von Ubisoft San Francisco. Mmh. Ich kann die neuen Follower förmlich riechen. Mal sehen, ob ein Ubisoft-Kuh in meinem Terminplan passt. Neue Operation verfügbar. Ubistolen. Ubistolen. Hm, 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 hm. So, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich da draufkomme. Schwebt eigentlich meine Drohne da noch im Himmel dann, oder was? Weil die wird doch hier so angezeigt. Mal aktivieren. Komm nach Hause, Baby. Zack. So. Oh, Mist. Tut mir echt leid. Ja, das ist nett von Ihnen. Da sehen das leid. Guck mal, die wird angezeigt. Die hat dann viel Kohle, oder? Ah, ne, der haben wir gerade Kohle aufgezogen. Ja, passen Sie mal lieber auf, wo Sie hingehen. Nein, es ist nur... Nein. Meine Güte, wer hat sich das denn da ausgedacht, dass man bis da oben hinkommen muss? Das mache ich jetzt nicht, ey. Da habe ich jetzt lange genug umgeguckt. Wir gucken uns mal noch das an. Das ist noch nicht so weit weg. Ich baue nur ein Auto. Wie immer, nichts zur Verfügung, wenn ich hier... Wollen wir das Motorrad nehmen? Ah, Kohle Crosscarer. Thanks, man. Wuhu. Wuhu. Ah, so komme ich auf das Dach. Ich springe einfach mit dem Motorbike drauf. Oha. Oha, wo bin ich hier? Oha. Gute Idee von mir. Okay. Spring doch. Wow. Was hast du zu mir gesagt? Hier scheint wohl die Sonne aus dem Arsch. Und du bist bloß hier, damit sich alle in deinem Glang sonnen können. Pst. Cross gemacht, man. So. Nächstes Ziel. Da oben am Dach. Diesmal. Ich hole mir eben einmal meinen Lieblingsfreund raus. Wuhu. Da sollen wir hin. Was ist das hier für eine Fabrik? Großes Hammer hier. So brauche ich nur einen Weg. Wieder da hin zu kommen. Verdammte Axt. Ich brauche irgendwie so... Gibt es nicht so einen Helikopter, mit dem man hinterher auf den Dächern landen kann? Ich sehe nämlich hier pauschal auch mal keine Hebelbühne. Ah. Guck mal, was ich da sehe. Da könnte ich bestimmt drüber springen. Ah, dann wäre ich ja höchstens hier. Aber da ist ein Ding ins. Ah, das ist cool. Nice. Alles im Blick. Okay, das kriegen wir hin. Ich glaube jedenfalls, dass wir es hinkriegen. Versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Ich habe vorhin gedacht, mit dem Motorrad hier über das Ding, kann man bestimmt hier die Rampe hochfahren. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Aber das ist gar nicht nötig, weil wir können hier nämlich ganz einfach über die Mauer latschen. Und dann hoch. Ne, noch nicht. Dann hoch. Hey, komm. Komm mal hin. Hey, mach mal hin. Alter, da kannst du doch hochspringen, Mensch. Du bist Markus Holloway. Markus Spider-Man Holloway. Markus Aka Spider. The one and only Holloway. Okay, dann so halt. Easy. War bei dem anderen Gebäude vielleicht auch so ein Ding und ich habe das noch nicht gesehen? Könnte ja sein. Kann ja mal passieren. Der Fensterputzer vom Dienst. So. Easy, easy, easy. Das war jetzt mal wirklich einfach. Warum bin ich auf das andere Ding nicht so drauf gekommen? Zack. Graffiti hinzufügen. Follower sammeln. Und yeah. Night of the Dead. Zack. Tag in den ersten, da zwei Punkte. Zwei von drei. Das ist doch nett. Müssen wir eigentlich nur noch da hinten. Die sind einen. Erledigen. Ja, meine Freunde. Wie wir das machen. Yo, yo, yo. Das überlege ich mir in der nächsten Folge. Ich sage auf jeden Fall an der Stelle. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Wow. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Komm schon. Na komm, komm jetzt hier. Ride the bike. Ride, ride, ride the bike. Okay. Nein. Wer hat das Motorrad da so doof abgestellt, dass man nicht... Wer hat... Wer konnte das? Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Scheiße. Oh Gott, verdammt. Ihr könnt wirklich jetzt abschalten. Ja. Gibt hier nichts mehr zu sehen. Juhu. Nice. Danke. So geht das ab hier. Bis zum nächsten Mal. Juhu. Und haut rein. Juhu. Juhu.